Jo Leute, ich melde mich hier zurück zu einer Nägelnagel neuen Ausgabe von Manet Ja So Ist Das Show. Zu Beginn gibt es erstmal ein paar grandiose Erfolge zu berichten. Und zwar freue ich mich richtig krass darüber, dass ich allein in den letzten 28 Tagen ca. 2000 Aufrufe auf alle meine Videos zusammengekriegt habe. Das ist schon eine ganze Menge. Außerdem habe ich in dieser Zeit 20 Likes und nur 8 Dislikes bekommen. Danke. Egal, beiseite mit diesem ganzen Rumgeschleime. Jetzt geht's los mit euren Kommentaren. Der Multi Dream Crafter schreibt Oh, ich war der 11. Dislike. Ausgleich. PS. Lern reden. Ist das so eine Art Achievement für dich? Wenn ja, dann tust du mir so ein bisschen leid und PS. Lern schreiben. Guitar Player Forever schreibt Nimmst du Anfragen auf Skype an? Aber natürlich nehme ich Anfragen auf Skype an. Schickt mir auch eine Anfrage. Ich bin allerdings nicht so sonderlich oft online. Also nur damit ihr euch nicht wundert. Außerdem habe ich seit kurzem Twitter. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und Facebook habe ich schon ein bisschen länger. Könnt ihr aber trotzdem mal vorbeischauen. Dann schreibt Jona Schröder Hahaha, wie geil. Hab dein 50 Abonnenten Special gerade gesehen und musste voll lachen. Und jetzt sind deine Videos voll gut. Respekt. Ja, okay, mein 50 Abonnenten Special war jetzt nicht gerade das krasseste Video aller Zeiten. Allerdings finde ich, dass ich mich seit dieser Zeit ziemlich verbessert habe. Und das freut mich natürlich auch, das von dir zu hören. Also, dass ich nicht der Einzige bin, der das bemerkt hat. Dann schreibt Bracky HD, du bist Linkshänder. Ich werde euch alle töten. Der Nunchuck Ninja Nerd schreibt 14, sowas in der Richtung. Jo, als ich diese Frage gestellt habe, ich stelle eine Gegenfrage. Wie alt denkt ihr denn, dass ich bin? Also, wie alt sehe ich aus? War ich, glaube ich, auch noch 14. Jetzt allerdings bin ich 15 seit ein paar Wochen ungefähr. Dann schreibt Julu LP, echt cooles Video. Hast dein Abo echt verdient. Jo, so positive Kritik kann ich natürlich immer gebrauchen. Ähm, danke schön. Dann schreibt der Bahnpirat, coole Vorlesungsrunde. In deiner Info steht 15 Jahre. Ja, jetzt stimmt's ja auch. Und, kommen wir zum letzten Kommentar. Johann Ort schreibt Harry Potter. Ja, nee, ist klar. Expediaos. Yo, Leute, das war's dann auch schon wieder mit dem Video, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mir extrem über eine positive Bewertung oder ein Abo freuen. Damit wir vielleicht irgendwann bald sogar die 300 Abonnenten knacken. Wäre geil. Genau, um in die nächste Jahre ist das schon zu kommen. Schreibt einfach unter allen Videos von mir irgendwelche Kommentare. Die besten kommen ins nächste Video. Genau, dann würde ich sagen, könnt ihr hier zu meinem letzten Video. Ja, so ist das Video. Und hier zu meinem letzten Video überhaupt. Typisch mit Schüler. Und hier unten kommt ihr zu Twitter und Facebook. Also die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.